So und gestern, ein Schweriner, stelle ich das vor, im Ruderachter der Julioren, die Königsklasse, das Flaggschiff der Julioren, Weltmeister geworden ist. Patrice Otschek und Luzer und Martina gewinnen den zweiten Tag in 3.25 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben nicht nur wieder Brustschwimmer rein, da haben wir wieder Ruhe. Das ist unglaublich. Aus Schwerin. Und auf Platz 1, Heike Braun, Müritz-Sportgefahr, um 29.45 Uhr. Heike Braun, danke. Die kennen Sie mich, jawohl. Die schwimmen schon lange, ich glaube. An denen werden wir auch noch viele Freude haben. So, bleibt oben, jetzt kommen die schicken Kerle dazu. M40, 49, Platz 3, aus Zingau, Uwe Weiz, 29.18 Uhr, Uwe Weiz, aus Zickau. Okay, die schicken Kerle stehen. Rote Leibchen an. Aufsatz 2, ich wollte fast sagen, das ist die Starter, aber hat davon ein bisschen abgelehnt. Thorsten Münchberger, Superleistung, TZU, TZU, GRIPS, aus Greifswald, 28.10 Uhr, Thorsten Münchberger, Platz 2. Herzlichen Glückwunsch, Superleistung. Und heute vor Ihnen war der Ralf Jäneke, gewinnt die Altersklasse, ASG Uni Rostock, Platz 1, 27.42. Ralf Jäneke, herzlichen Glückwunsch. So sehen Sie aus, die Viererwärter sind wirklich. Und Applaus nochmal, danke an euch. Also, Altersklasse, reiblich, 30, AK-30. Hörsi, halber, raus nochmal, Dörte, Gammau, 31.50. Auf Platz 2, aus der Viererwärter Fraktionen, von den Triabolos. Lucia Kühner, 31.52. Herzlichen Glückwunsch, Lucia. Na gut, das macht ihr nachher wie Männer aus. 31.50, auch Platz 1, gewinnt die Altersklasse, 30. Jana Selig aus Ebers, Wattel, meine Herren. Ein Breitgelb, herzlichen Glückwunsch. Jana Selig aus Ebers, Wattel, meine Herren. Danke, Jana. Komm mal. Aber Jana. Lieber, lecker. Ralfi, also rein, kommen wir mal. Herzlichen Glückwunsch. Ein Breitgelb. Applaus Okay, wir holen die Männer dazu, das wird sich dann alles aufhellen, natürlich noch mehr. So schön, liebe Damen. Auf Platz 2, AK-30. Tobias Lerch aus Wismar, im 30 vor 10. Tobias, wo bist du? Herzlichen Glückwunsch, Tobias Lerch aus Wismar. Haben wir den Tobias noch da? Auf Platz 2, Matthias Lehne. Matthias Lehne, ohne Ort, aber Glückwunsch, 26,9 ist plötzlich. Matthias Lehne, Platz 2, Aperberg. S.G. West, Hamburg. S.G. West aus Hamburg, meine Perle. Wo wohne schöne Stadt. So reicht's? Und auf Platz 1, ein alt bekantisches Gesicht. Wir freuen uns. Jan Grefe auf Platz 1. 25. Jan-Meike Herzlichen Dank Gott sei Dank hat es doch noch mit dem Kuschelzieher geklappt So, Applaus nochmal, AK-30 Glückwunsch Applaus Okay, vielen Dank an euch Willkommen zu AK-20 Heibrich Da ist auf das 3 eingekommen Jettemund, Hanse Esti in Rostock 28-10 Jetzt Auf das 2 Antje Mahn aus Rostock in 26.29 Uhr Glückwunsch und es gewinnt die Landesklasse Franziska Jordan aus Rostock herzlichen Glückwunsch die Damen und wir machen weiter bitte den Herren und kriegen hier noch einen Gesamtapplaus AKAS 20 gelingt Torstenholz Klacks 3 aus Rostock ein 29.30 Uhr herzlichen Glückwunsch Torsten auf Platz 2 in der Landesklasse männlich Nico Boister auch aus Rostock 27.53 und gewonnen hat Stefan Ernst Platz 1 Hansedom Beach Patrol AG KG wie auch immer 26.44 Hansedom Beach Patrol AG er ist Stefan Stefan Ernst Applaus Applaus ja Applaus nochmal vielen Dank an euch Applaus nochmal und Dankeschön Applaus So, wir kommen zu den Juniorinnen, die mittlerweile schon, und da begrüßen wir auf Platz 3 Grittaldo und gewiegt hat aus Rostock, Nicole Ulbricht, 26, 38, Nicole, herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz in der AK Juniorin, Felix Langner, Christa Schirin, 29, 14, herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2, SGL Hübeck, Malte Scambart, 25, 29, Malte aus Lübeck, und auf Platz 1 aus Schirin, jetzt für den SGL Hübeck starten, Philipp Gretler, 25, 9, 15. Applaus 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 Applaus